Also ich höre viel UK Musik, also da muss sich niemandem was verheimlichen und US-Drap auch natürlich, aber UK steht bei mir mehr im Vordergrund und ja. Also vor dem Edge Royer höre ich eigentlich nur UK Musik, aber jetzt, es hängt auch von der Situation ab, also ob ich jetzt mit Freunden im Park bin oder so, da höre ich auch mal andere Musik, also es hängt immer von der Umgebung ab und zu der Situation. Musik